Du musst das mal einzählen. Zähl einfach mal ein. Wieso das denn? Weil ich mich selber zählen kann. Aha. Eins, zwei, drei, vier. Oho, 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 oho. Oho, 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 oho. Oho, 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 oho. Oho, 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 oho. Ist so ein schönes Lied, oder? Das Dumme ist nur, dass es nach der ersten Strophe schon auserzählt ist. Darum haben wir uns da was überlegt. Ihr kennt doch alle das Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und das machen wir jetzt mit da, da, da. Wir gurken das von A bis I durch. Du hast da keinen Bock drauf, oder? Ich sehe das auch schon. Ist nicht schlimm. Einer ist immer dabei. Gustav, du hast Attest. Entspann dich, leh dich zurück. Dafür müssen aber alle anderen mitmachen. Von A bis U nudeln wir das durch. Seid ihr dabei? Ja. Super. Ich nehme nur noch meine Sprechtrompete und dann geht's los. Jetzt bitte den gesamten Text. Da, da, da. Und jetzt ganz ohne Vokale. Da, da, da. Applaus